Fußball spielt David sehr gerne, aber das Tanzen ist nicht wirklich seine Stärke. Deshalb animiert ihn seine Schwester, seine Tanzfertigkeiten zu verbessern. Dafür haben sie einen besonderen Lehrer. Der Tanzbär lässt sie im Dreivierteltag tanzen, während die Waldtiere neugierig heranschleichen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020